Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect und kaum ist man im Spiel schon wieder angezeigt, hier ist eine Kelle gefunden worden. Wie viele Millionen Kellen kaufe ich eigentlich im Jahr, dass die hier jederzeit verloren gehen können? Es ist unglaublich. So, ähm, ja, das hier hatte ich hier weggemacht. Warum hatte ich das weg? Achso, weil hier nichts los war, ne? Ähm, 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 warte mal, dann machen wir doch einfach mal folgendes. Wir reißen diese Objekte ab und ihr seht, wir sind in einer neuen Aufnahme. Ich muss wieder aufs Pluszeichen klicken und machen hieraus einfach mal einen, äh, 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 hier so einen Putzmittelschrank. So, wollen wir eben gucken, was muss der? Ja, alles da, alles super. Und dann machen wir da logistisch einfach mal ein paar Mitarbeiter rein. So. Dann können die jetzt hier putzen, das ist mir jetzt egal. Das müssen wir ja eh alles nochmal umbauen. Hier, hier ist eine Kelle hingekommen. Wer hat die denn hier verloren? Hier kommt, das ist doch, das ist doch, das ist doch nicht drüber aufregend. Nicht drüber aufregend. So. Wie ist das denn hier? Hier ist schön besetzt, hoffe ich. Alles klar, hier ist das Büro des Sicherheitschefs. Sollen wir den umziehen lassen? Ja, ne? Lassen wir den umziehen. Das heißt, wo ist Le Chef? Le Chef verliert einmal sein gesamtes Interieur und kriegt jetzt auch ein wirklich schöneres Büro, finde ich. Nee, warte, doch. Nee, Räume, Räume muss. Das muss ja hier weg. Zack, benötigt Büro. Dann gehen wir einfach hier hoch. Machen hier auf dem Bereich ein Büro. Warten kurz und dann müsste es ja jetzt vom Sicherheitschef eingenommen werden. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Es ist ein Büro und das vom Sicherheitschef und der müsste jetzt langsam hier hochwandern. Sehr gut. Dann kann er gleich mal Patrouille laufen, weißt du? Was, 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 wieso läufst du hier mit dem Stapel Holz rum? Was ist das hier? Sehr gut. So. Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Im laufenden Betrieb irgendwas zu machen ist immer ganz, ganz, ganz kompliziert. Du musst an so viele Dinge denken und ich vergesse auch so viele Dinge, die wichtig wären. Weil wir können ja diesen neuen Trakt eigentlich noch nicht so richtig in Anspruch nehmen, weil wir brauchen ja noch die Zentralkantine. Und dann müssten diese Dinger hier weg. Geht aber nicht, weil die ja noch für die Wasserversorgung. da sind. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Nee, einfach ist halt nicht. So. Wir könnten natürlich dazu übergehen und sagen, okay, wir machen hier jetzt die Kantine zum Beispiel hin. Wobei, mal eben einen leichten Trink. Da müssten wir eigentlich, warte, ich gehe mal wieder in die Planung. Eins, zwei, drei. Da müsste eigentlich hier eine Mauer gezogen werden, ne? So. So. Ihr seht, es wird schon enger. Weil hier kann jetzt keine Küche mehr rein. Hier ist noch eine Küche. Genau, da gab es ja noch diese Küchen vor Ort. Jetzt wollen wir ja mal mit Zentralküche arbeiten. Das heißt, wir nehmen jetzt. Das mit den Brücken würde ich mir auch gerne nochmal angucken. So. Wir können jetzt also hier einen Sprungturm hinstellen. Wir können hier so einen Turm hinstellen. Wir können hier so einen Turm hinstellen. Und reißen dafür diesen Turm ab. Und diesen Turm ab. Ne? Das ist schon mal das Erste. So. Das ist halt immer schwierig, weil ich muss ja die ganze Zeit überlegen, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist gar nicht so einfach. Also wirklich nicht einfach. Hier mal einen Zaun hin. Und da ein Zauntor. Weil ich will jetzt gleich diesen Zaun hier sozusagen abreißen. Dann haben wir wieder Bewegungsfreiheit. Hier ist ja nichts mehr. Das Ding zum Beispiel abreißen. So. Abreißen. Hauptsache der geht da rechtzeitig raus, ne? So. Dann müssen wir diesen Mittelgang mal langsam wegkriegen. Na das wird ja ein Spaß. Vielleicht sollten wir hier noch so eine Art Schleuse reinbauen, oder? So. Dass wir das sozusagen zum Niemandsland machen können. Hier sind die einsamen Wächter, aber die sind ja auch froh. Die haben ja noch nichts zu tun. Hier fehlen noch Zellentüren. Hier habe ich schon welche reingebaut. Hier fehlen sie noch. Ich glaube, ich habe das einfach gelassen, ne? Wegen der Wegen der Putzkräfte. So. Wie schaut's denn? Hier ist fertig gebaut, oder? Man kann ja nichts erkennen, ne? Ne, kommt noch. Dauert noch ein bisschen. Aber ja gut, wir sind ja auch auf lahmarschige Geschwindigkeit. Warum machen wir eigentlich nicht mal Gas hier? So. Bewährungsanhörungen funktionieren anscheinend ganz gut. Brauchen wir auch gar nicht so viel. Also wir könnten so langsam mal... Wie viele Bewährungsanhörungen haben wir denn? Eine. Zwei. Wir sind da immer relativ schnell mit durch, ne? Die kämen ja auch, wenn hier unten hin, so in den Fußgängerbereich. Also ich sage mal, dieser Bereich hier, der kann ja neu gestaltet werden. Muss er dann auch. Weil der Besucherraum und so weiter... Das muss ja alles schöner werden. Keine Ahnung, wie wir das machen. Ey, ich habe da noch keine Ahnung. Ich habe da noch keinen guten Plan. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Jetzt reißen wir erst mal das hier wieder ab. Da habe ich noch keinen Sinn drin gesehen. Einer sagte ja mal, er hätte gesehen, dass da ein Hund geschlabbert hätte. Nicht bei mir, sondern bei ihm, der selber Prison Architekt spielt. Aber ehrlich, ich habe da nichts von wahrgenommen. So. Das ist fertig. Dann machen wir hier nämlich eine Schleusenwand rein, indem wir sagen, Achtung, nur für Personal. Weil ihr seht, ich habe hier was reingebaut, eine Wand. Also ist das jetzt plötzlich nicht mehr für Personal. Warum gibt es hier Probleme mit der Tür? Ach, ich Idiot, warum habe ich das denn abgebaut? Was bin ich denn für ein Doofkop? Nee, 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 nee. Warum habe ich die Stadt denn? Das Türkontrollsystem muss doch da dranbleiben. Das war aber, siehst du, das sind so die kleinen Fehler, die da kommen. So, das sind die Tore. Die sind schon mal angeschlossen. Und die vier Türen. Sehr gut. Also das funktioniert auch, solange hier einer ist. Aber es kommt ja keiner raus, solange hier, also, ne, so. Vielleicht müssen wir das einfach auch noch mal größer machen da oben. Ich bin da noch nicht so richtig, das ist so ein bisschen Petit, nicht? So ein bisschen klein. So. Ihr seht ja, jetzt wird der Stau ja auch wieder aufgelöst. Sehr gut. Das heißt, wenn das ja eh jetzt ein offener Trakt ist, dann könnte ich ja eigentlich anfangen, hier die Wände abzuweisen. Auto speichern verhindert weiteres. So. Hier noch. Und hier der Törschen. Das gilt zwar als Wand, muss aber als Objekt abgerissen werden. Das ist immer das Verwirrende dabei. Da kommen die Herren wieder auf den Hof. Einlieferung haben wir heute nicht. Könnten wir bei Zeiten 60, naja, gut, noch geht's ja. Machen wir es ein bisschen leerer. Dann haben wir es auch gleich beim Umziehen nicht ganz so schwer. Und wir schaffen ja mehr Kapazität, das heißt, wir müssen uns ja überhaupt keine Gedanken machen. Ich wollte doch sagen, ich bin doch hier durchgehend, kann also doch gar nicht, ne, weißt du schon. jetzt müssen wir uns mal die Einsatzplanung der Patrouillen angucken, weil diese Patrouillengänge hier müssen ja jetzt gelöscht werden. Macht ja keinen Sinn, hier mehr jemanden durchlaufen zu lassen, weil das lösen wir hier jetzt auf. das geht auch weg. Zack, sehr gut. Patrouille aufgelöst, dann sind die schon mal wieder nicht im Dienst. Hier kommt ja sozusagen nächste Gebäude gleich dran, das heißt, das hier alles brauchen wir nicht mehr. Das heißt aber auch, dass wir hier jetzt sozusagen zumachen. Hier ein Zauntor rein. Wenn das hier zu ist, dann können wir das nämlich hier auch wieder schön brandmarken, dass hier keiner sozusagen durch darf. also, dass das wieder nur für Personal ist. Dann nutzen wir das und reißen das ab und das ab und reißen ab das hier. dann habe ich hier oben noch eine Lampe, die muss auch weg. Und den Rest lassen wir erstmal so. Der Vollständigkeit halber würde ich hier gerne in den Zaun ziehen. Die Wachen müssen natürlich auch irgendwann mal weg. Aber jetzt warten wir erstmal, bis das hier alles fertig ist und dann können wir über Einsatz nur für Personal Personal. Personal, Personal, alles nur Personal. So, jetzt frage ich mich allerdings, das hier müsste doch jetzt eigentlich freigegeben werden. ach, das ist hier hintenrum wird das klar, logisch, nur so funktioniert es, natürlich. Abenteuerlich, da muss ich ja hier auch nochmal zumachen. Was ist los? Ich mache eine Razzia. So, hier sind noch Bewährungsanhörungen, da kommt aber keiner hin. Hier sitzen welche, da ist aber kein Gefangener. Läuft. Dann löse ich mal diese Räume hier auf. Entschuldigung. Wusste ich ja nicht, dass der noch gebraucht wird. Ach, genau in dem Moment, wo du auflöst, kommt da so ein Rüpel rein, weißt du? Schlimm, 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 schlimm. Oh, wir haben einen zum Tode Verurteilten verloren. Das ist ja doof. Putzmittelschrank. Wird nicht mehr beliefert, oder was? Das war ja auch nur so ein Übergangsbau hier, ne? War ja nicht als Langzeitprojekt, glaube ich, geplant. Einsatzplanung, äh, in der Zeit, ähm, in der Zeit, ähm, muss nicht hier einer hin, sondern muss da einer hin. Und da und da. Genau. Und wenn das der Fall ist, dann können wir nämlich hier die Bewährung auch auflösen. Und dann müssen wir mal gucken, wie das hier mit den, ähm, Bewährungsanhörungen passt oder nicht passt. Ich, äh, mache jetzt noch eine, äh, klitzekleine Razzia und, äh, mit diesem wunderschönen Blick entlasse ich euch in einen schönen Montagnachmittag. Ich hoffe, euch hat der Montag nicht ganz so gestresst. Äh, bei mir war wieder ganz übel. Äh, aber gut, das ist nun mal so und, äh, deswegen wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns im Übermorgen schon wieder zu einer neuen Runde von Prison Architect oder zu einem der vielen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Macht es gut, bis dahin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.